einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute mal wieder eine partie league of legends und zwar spiele ich heute mit anivia und das kleine stückchen was jetzt hier gerade hört ist noch nach kommentiert weil ich nämlich vergessen habe vorher nämlich meine begrüßung und so ein scheiß alles aber das video wird gleich losgehen und das ist eine sehr packende spannende und lange runde auch lustig ja und ich wünsche euch dann viel spaß beim zugucken und ja viel spaß duftkerzen op ist das schlecht erzähl das kein daniel ich dachte mir ich jetzt hindebeln was da eine der gehe ich hin na gut ich muss auch Fähigkeitsstärke spielen auch meist deine du musst auf Leben spielen du Vollidiot gut ich bin Tank ja ich erinnere mich ja jetzt habe ich hier was angefangen ich wünsche Ex lasst uns aufsteigen ich bin schon wieder fast down, weil diese Miss Fortune nichts hinkriegt das Fortun ist deutsch ja sag ihm mal den Text hier der hat was gegen Duftkerzen die kann ich verstehen jetzt komm mal her nuclear voll der Pro Name ja push mal schön die Lane haben die einen Jungler? ne nope hier stun in die Fresse komm bam komm das wird cool komm mi 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 komm 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 schicksal schicksal hatte ich auserkoren schicksal hatte ich auserkoren komm ich fahre komm 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 was klappt schüttel um alter die zieht sich an mich an und weiß dass sie dass sie ihn zum Tor in Hong Kong weil es ist möglich ich meine heute abgestattet er folgte es keine kann man so sehen und auch von diesem spielst nur kräftig doch die das ist die kann die bestimmt nicht gut spielen Oh, keine Mana mehr, nein Warum? Lauf doch nicht Scheiß Noob Max? Ja? Wenn ihr in November nichts vorhabt, habt ihr Bock auf eine LAN-Party? Bei wem? Bei dir? Nein, also mit ganz vielen anderen Ich glaube, wir sind dann ungefähr, wenn es klappt, 15 Mann oder so Okay Wir wollen dann auch LoL spielen, wahrscheinlich Überladen Überladen? Jo Okay Ich glaube, das würde dann, wenn wir jetzt Wir machen zwei Einmal in so ein Restaurant mieten wir das Das wir dann da zocken können, das kostet dann 5 Euro Und beim Kumpel dann in sein Haus 3 Euro Wie kommst du denn jetzt da drauf? Habe ich vorhin mit Andi besprochen Beim Fitnessstudium Okay Oh, bist fast down, ja, bist fast down Das ist sehr beärgerlich Musst du jetzt back, ja, musst du back? Nee Gehst du nicht back Wie zum Beispiel dich? Wie der Voice? Was geht? Los Und wie sieht's aus? Wo? Bei euch? Ganz gut eigentlich Ausgeglichen Also Wie viel auf jeden Fall nicht Schon mal Schon mal Ich hablar So priviert Was tun es aus? Bei euch? Ichigi Pech Wom Warum P Du hast 0-2 Ah nee, ist ein Assist Daniel hat 0-2 Daniel, defensiver spielen Lass immer den Dings vor Hier, Stefan Was? Nee, nee, ich hab hier The Stalker auf meiner Lane Oh, jex Der ist auch gleich down, ja Oh, muss das Flash zünden, ja Schlampe Muss ich auch schon einmal Ich krieg dich noch Ich krieg dich noch Braucht mich nur einmal treffen Sag mir aber, wenn einer irgendwie kommt hier, ne Mhm Also bei mir seh ich grad Dings nicht Weil der kann auch Black sein Musst du trotzdem sagen, dass eigentlich keiner zu sehen ist Ja, der ist gar keiner zu sehen Also der will hier sein Weiß gar gar nicht, wie ich, ach so Wie hab ich denn hier auf der Lane Ach, Warwick Huch, scheiße Na, Warwick wieder Was passiert mir immer wieder? Ich war noch nicht einmal back Oh SS Yup Come back, ey Ach Mensch, Leute Läuft eigentlich ganz gut Einfach Nicht Toll Lass dir von Dings sagen, der hat auch 0,2 Fehlen Leute Ich geh jetzt da mal hoch Und beende sein Dings Ich bin der gerade, aber ich war zu langsam Und wie ihr ihn alleine fertig macht Daniel, ich bin der oben Ich bin der oben Ich bin der oben Immer noch SS, ne? Catelyn ist nicht zu sehen. Gerade weggegangen. Oh, die könnten, äh, aus der Mitte könnte die zu dir nach oben kommen. Ja, ja, ja. Aber ich hab's ja nicht gefiel. Wie dumm die alle... Oh, dieser Jack ist total behindert, alter. Der weiß gar nicht, wie man gankt. Der geht einfach rauf. Komm weg. Sehr gut. Jetzt bin ich, glaub ich, tot. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich weiß ja. Sieh an, ich ran oder so. Gut. Jetzt hau, aber ihr seid doch zu zweit. Na, ich kenne es, wir da. So gut sind die doch gar nicht. Einfach nicht versuchen zu sterben. Hm. 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 Tja, wer kann besser pushen, hm? Hm. Das war ein Fehler von mir. Hm. Hm. t die Tor und er ist immer mein Gott ist ist Prozent durch die Basis rein Dr. Mondo ja dann haltet ihn auf Geh hin zu ihnen Also ich laufe schon entgegen Ja Ich komme schon Komm Daniel Ich eile Der stirbt jetzt eh durch den Tower glaube ich Ja wahrscheinlich Achso scheiße Das war mal wieder ein Fail und dadurch verlieren wir die Mitte Tja Daniel Ja Warum hast du nicht Entzünden gedrückt Du hast Entzünden mit Ich warst jetzt weg Ich warst jetzt weg, ich kam nicht an dir ran Na gleich am Anfang Ich musste gleich am Anfang, ja dadurch habe ich es nicht geschafft Die kennen der Stun, ne? Scheiße Also mit ist noch zu retten Ich spiele niemals ranked mit euch Oder mit Daniel Ja verstehe ich Nein, 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 nein Nautilus, nein, Nautilus Bitte nicht, bitte nicht Nautilus, nein, nein Ich hasse ihn dafür Na klar Ich drück noch Fokus Katelyn, ja und er geht auf Nautilus Diese Mach ich noch Plan, mach ich Plan Tower war's Ja, war klar Na Oh, danke für Ist der Jungler oder was? Ne, eigentlich nicht Wer, wer denn? Ne, eigentlich nicht Der kommt von der Toplane Der kam eben gerade von der Botlane Aber wir haben ihn nicht auf der Bot gehabt Wir hatten nur Katelyn und Nautilus Eigentlich gehört jetzt Top Ja, ich habe ihn nicht auf der Botanze 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 Das macht ja nichts. Oh, keine Mahner mehr. Oh Mann. Ich kann ja auch nicht einfach zu euch nach oben kommen, dann verlieren wir die Mitte. Oh, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg. Nein! Oh! Nachkicke. Naja, ich habe immerhin 32. Jo, top. Verliert den Tower, glaube ich, ne? Ne. Oh, nimm ihn weg. Oh, meinst du, wie viele Abonnenten hast du? 99. Ich weiß ja, dass du nachher 100 haben willst. Mhm. Woher weiß ich das? Ich habe heute einen Kumpel dazu angestiftet. Aber wir kommen wieder nach oben. Sicher? Ziemlich. Zumindest wirkt es so. Ja, kann sein. Chris ist besoffen, er will einen Skype dazu, er muss Leute zutexten. Was kommt denn? Das heißt, er will mich dissen. Mhm. Egal, ich lade ihn ein. Na klar. Ich hasse ihn sowieso schon. Sehr schön. Das ist eine gute Einstellung. Komm her, du. Ich habe meine passive. Was geht da? Na? Ihr habt die beste Skype-Konfi ever verpasst. Nein. Du bist gerade in der besten Skype-Konfi ever. Naja. Oh nein. Ich bin nicht albern, ne? Wir gehen morgen, also die Leute, mit denen ich morgen feiern gehe in der Disco. Wir haben uns gerade eben in der Skype-Konfi so zusammengetan und jeder hat sich eine Flasche Alkohol geholt. Yay! Und ich habe eben läuft gespielt, total geil, ich bin mit Masse hier rumgelaufen und habe alles umgenatzt. Weil es einfach alles Noobs sind. Tja. Geht uns gerade aus, so. Ja, alle Noobs hier. Warum habt ihr eigentlich nicht aufgegeben? Warum hattet ihr alle, warum, 4 zu 1, warum? Das war ganz heiß. Alkohol, okay. Nee. Räucherkerzen, okay. Fuck. Guck ich mal nicht, okay, wir können aufgehen, Warwick ist gefeatet. Nein. Ich will nicht wissen, wer ihn gefielte hat, ne, Daniel? Ja, Jacks ist echt nicht so der Beste. Aber trotzdem mögen wir ihn, nicht wahr? Hm. Und wie war einmal mehr habe ich bewiesen, Halt Maul, stell, weil du bist schlecht. Dass ich mit Volleyball spielen kann. Halt Maul. Ich sag dir, ich will mich wissen. Halt Maul. Wo war das jetzt, Karten, das? Ich hasse ihn. Ja, gesagt, ich bin schlecht. Krass. Also was du so unter Dissen verstehst. Das Lied ist scheiße. Ich kann mal nach unten, ne? Das will ich jetzt, das will ich jetzt. Dreh die Scheiße auf. Jungs, sie sind voll langweilig. Ja, sind wir. Dann geht es wieder. Halt Maul, stell, verdammt. Halt Maul, stell, verdammt. Halt Maul, stell, verdammt. Nee, blacke, du bist lustig. Ich hab grad mal ne halbe Flasche in dir, ich bin noch gar nicht getrunken. Ich bin nur, dass ich es gar nicht getrunken. Und diese kommt dann auf, dass du getrunken bist. Hä? Diese kommt dann auf, dass du getrunken bist. Die ist ja schon so besoffen, der weiß gar nicht mal, was er mitkriegt Die Flasche ist erst halb leer Normalerweise trinke ich anderthalb viel Ich würde sagen, halb leer Oder noch halb voll Nein, ich würde sagen, halb leer Oder halb tot Alter, was labert der Oh, was auch gemacht? Wer hätte damit noch gerechnet, Alter? Oh, ähm, unser Ton geht down Verteidige es Ja, ähm, ich bin down Ja, und warum? Weil du zu schlecht bist, Stefan Alter Oh, bitte fang jetzt nicht an zu weinen Wer soll die Sauerei denn wegmachen? Und wehe, du laberst über mich bei League of Legends, während du gerade mit denen im Chat beschreibst Du kannst mir nichts vormachen, Stefan Du weißt, was du redest Wir haben vielleicht nur eine reelle Chance zu gewinnen Ja, ja, das haben wir sicherlich Stefan, wie lange fang ich zu euch? Äh, dreieinhalb Stunden Okay, ich bin gleich da Verfolgt, verfolgt, verfolgt Das Spiel ist ja was Nö Ach, gut Ach, Mensch Schluss Oh, ja, call me, baby Hey, I just met you This is crazy Das sagst du, aber wir glaubst du nicht But here is my number So long Oh, Bengel It's hard to look right Halt's Maul Halt's Maul Siehst du, Max hat's drauf Max, okay Ich seh, du bist unser Pädobär So call me, baby Oh, bitte Der ist nicht gut, ne Sollen sie doch kommen Hm? Ich mach's jetzt an, damit du auch noch mitsingen Bitte nicht Was? Stefan! Stefan, du musst mitsingen Oh, ich könnte kurz Abgehen Wenn dir jetzt Mutsnahmezustand Klatsch auf den Arsch von der Braut Wenn du Mut hast Stefan, du bist schwul Leute Einer muss Schöne Einer muss Bot defenden Bot ist auch Bunt Unten, ne Da gehst du Dingsen Voll Tune Push mal durch Push mal durch? Ne Daniel, geh nach oben Und push Den Tower Ich versuch's Naja, links ist ja down, ne Also, dann wird schon etwas Angellere Chance Komm schon, Basal Tu doch was Wir müssen jetzt die ganzen Lanes pushen Beste, bist du Ich glaube, wir kommen alleine hier, klar Jaja Du vielleicht Ich bin schon Level 17, Alter Ich werde ihn nicht kicken, allein schon down, weil er dich nervt und das gefällt mir, dass er dich nicht Boah, war ich Bye-bye War der Tower noch voll oder was vom Leben? Ja Was so unglos ist Dachte er schon Ja, dann Ja, hier die Palja Wir machen eine Vier-Mann-Palja und drei davon sind ganz schön unbehalte Gäste Hauptsache, du hast überlebt Ja, das hab ich Wie, er springt jetzt einfach rein Wie, er springt jetzt einfach rein Wie, er springt jetzt einfach rein Wer denn? Jax Jax Er springt sonst, ja, und er springt Na komm, dann schnappen wir uns den Typen hier Hör zu Komm her jetzt Nice Sehr schön, Leute Wir sind besser als die Ja, das sind wir So, war weg und monodown, ne? Da, hier, äh, hier, denkst, Flexer Ja, ich hab doch Probleme Warum läufst du denn? Hm Wow Ah, fuck Äh Pischi schuld, Alter, nur weil ich die scheiß Nachrichten lese, ey Dann hört er Aus Maul, du Hurensohn Oh Gott, weißt, was ich jetzt höre? Ich werde ihn nicht kicken Warte, Summer Jam Oh Gott, wir sind hier in Dance World Oh, wie toll das so Ja, mir noch schön vorgetragen Ja, dann üben wir noch, aber sonst, ja, war schön Leute, bitte anstrengend Ich hab's euch noch nicht gesagt, ich hab's euch noch nicht gesagt, aber ich dreh grad ein Video Glaub ich dir nicht, glaub ich dir nicht Ist ehrlich? Ja, dann spart auf Youtube, wenn du mir nicht glaubst Okay, vor allem das Video gucken Die Jungs sind schlecht Und der eine spiel ich mir mit Oh ne, das darf ich nicht sagen, nein, das darf ich nicht sagen Na los, erzähl, traust dich, wir sehen uns doch nächsten Monat Deswegen sage ich es ja nicht Na los, schreib mir Nein Schreib mir, was du sagen wolltest Oh, der eine ist nachtragen, der andere ist ein Feigling und die anderen wollen zocken Super Kombination, meine Damen und Herren Wenn man das nicht liken soll, was dann? Ich hasse ihn, ich hasse ihn Mondo mit dem Gewicht rein, Pussy Pussy Lauf, lauf Mach ich grad Drück dich Mitte, Leute, Mitte Yeah Ich geh vor, okay? Daniel und ich geh vor Yeah Daniel und du Auf Warweg Auf Warweg, Warweg hinten Wartet noch, wartet noch, wartet noch Da fehlt noch der Jax Max, versuch nicht, die zu koordinieren, das sind Noobs Och, bitte, da ist sechs Und du bist ein kleiner Scheißer von irgendwo Und ich Moment, jetzt geht's los Kleiner Scheißer? Oh, Leute Dein Ernst, Macca? Ist mir egal, ob wir die Runde verliehen, ich lerne es auch Ich reiß dir die Eier mit zwei Fingern ab Also reiß dein Maul nicht so auf Siehst du schwarz aus, das geht mir auf die Nerven Kleine Oh nein Oh nein Jetzt fang ich an zu weinen Oh, Leute, die Größten Pass auf Ich fang gleich an zu weinen vor Lachen, ey Nice, nice, nice Weg da Einer muss, äh, bot Oh, Leute Ich hab das Gefühl Warum steht ne Tau in der Mitte noch? Weil da noch Mundum mit ner Ulti war Oh Jetzt sind die Ulti wieder schuld Ja, ja, die guten alten Ultis Schamli Bin, Schamla Bin, Schamli Du weißt ja nicht mal, wie ne Schamli Baut sie Bam Bam Genau, genau, wie zu er zwei Yeah Ja, mach mal zu mal an Biologie, mein Freund, Biologie Ich will nicht Du hättest jetzt so viel draus machen können, nein, du musstest es failen Biologie ist keine Wissenschaft Mondo, das Mondo Oh, wir sind mehr als Nummer Oh, ha, 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 ha Lauf, mein Freund, lauf Betten, weil du schreibst, wirst du gleich getötet Nö, nö, ich pass schon auf Oh, da war Morgana Oh, Gott, das naut die los Herr Stefan, ich hab mein Video mit meinen 30-0 mit Miss Fortune immer noch nicht online gesehen, ne? Jo, ich weiß, das mach ich, wenn ich wieder Internet hab Ja, 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 ja Mondo, komm mit Oh, sorry Oh, ich hoffe es Ja, das ist natürlich Ah, den kriegen wir, den kriegen wir Oh, das ist er auch noch Wie sie gleich anzünden, auf mich klatschen Bavik ist hier irgendwo näher Oh, da wär's ein schönes Auto Da ist Mondo Mondo sind deutsch, genau Bleib hier, bleib hier Ein, äh, beendet, und berechtigt Ja, doch hier Wieser laufen sich die Idioten, ne? Wo ist Wawiki in dem Fall? Gilt du auf? Der will nur zocken und nicht mit mir schreiben. Alter. Ja, los. Schreib schneller. Nein, ich zocke jetzt. Ich will die Runde noch gewinnen. Nein, ich will die Runde noch gewinnen. Nein, ich will die Runde noch gewinnen. Chris OP, Alter. Chris OP. Wer sagt das? Wenn ich ein Champ wäre, dann würde ich jeden One-Hit. Übertrieben, ne? Immer diese Einbildung, ne? Semi. Mal Angst für dich. Ja, weil Stefan der Einzige ist, der weiß, wie ich aussehe. Jupp. Profil, ne? So gut wie du zockst, der kann sein. Ich weiß nicht nur, wie der sich aussieht. Alleine so gut wie du zockst, Alter. Wenn man zwei Jahre lol zockt, dann kann man immer noch nix. Zumindest nicht, wenn man Stefan heißt. Jetzt hab ich doch gerade mal halbes Jahr, oder? Halt die Fresse, Daniel. Ach, nein, nein, nein. Oh, ein Digger, wie eine Bokeh. Oh. Komm, Leute, los, komm. Oh, doch nicht. Nicht so viel riskieren. Nicht so viel. Die Gang muss bestimmt gleich. Einer war unten. Zwei in der Mitte. Oh. Ich gebe was. Mietz, 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 Mietz. Oh, der ist drei. Und dieses Mittel. Nein, ich hab meinst dann verbraten. Wen spielt ihr Nacken eigentlich an? Volibear. Lauf die los, Volibear. Ah, nicht. Passive, mein Freund. Oh, die staubt ab, die staubt ab, die Schlampe. Klar, kennt sie doch. Und jetzt läuft sie auch noch in den Tod rein, ist das lächerlich. Und in unseren Sieg. Wui. Doubleclash, nice one. Hörst du sie gerufen? Max, 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 Max. Sag das doch früher. Alle kommen, alle kommen, Leute. Die waren auf einmal da. Die waren auf einmal da. Auf Catelyn, auf Catelyn. Oh, yeah. Nice, nice, nice. Daniel, kannst du den Blubuff für mich ein bisschen? Ja. Eigentlich müsste ich das selbst hinkriegen, aber... Aber ich kann ja ein bisschen mithersuchen. Ist ja kein Ding. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr. Okay. So, jetzt gehen wir alle nochmal schön weg. Kaufen uns ein paar hübsche Sachen. Wo wirst du einziehen? Und wir haben das Game von 35 auf 19 zu 19 gerissen, Alter. Yeah. Aber noch nicht gewonnen. Wir müssen den Tower in der Mitte kriegen. Ich werde... Daniel, geh nach unten. Oder geh in der Mitte. In der Mitte. Mitte, 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 Mitte. Gut. Zum Pushen bin ich einfach besser. Ja. Dann magst du euch dann. Die Autor ist da oben. Ey, Stefan. Ja? Wenn ihr hier seid, gehen wir mal richtig dick in die beste Disco der Welt abfeiern, ne? Ja, die wäre. Hm. Warum hilft mir denn keiner hier? Ach du, Mensch. Ich bin nur nicht so schnell. Pass auf! Pass auf! Pass auf! Scheiß drauf. Der Tower muss kaputt, Mann. So. Äh. Äh. Atrium heißt sie, Alter. Geht voll ab. Geht mega ab. Oh, oh, oh. Mhm. Mhm. Aber ist ein bisschen hartes Pflaster da. Also vor zwei Wochen wurde eine vergewaltigt. Oh. Wow. Letztes Wochenende war ein Kumpel von mir da. Er meinte, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber, dass sich vor der, vor dem Eingang Türken und Deutsche mit, äh, Türstehlen geprügelt haben. Und irgendeiner von den Deutschen die ganze Zeit in die Luft geballert hat mit irgendeiner Wache. Mhm. Also das ist ein bisschen witziger da. Mhm. Also Max wird das schaffen, aber Stefan nicht. Mhm. Der motiviert mich mal wieder sehr. Ja, ne? Du schätzt doch den Stefan nicht so. Keine Angst, Stefan. Ich beschütze dich. Ah, Leute. Ah, Leute. Ah, Leute. Ich kenne ja die Hälfte des Ladens. Wir kommen auch umsonst rein und so. Sehr gut. Das können wir doch schaffen. Komm, 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 komm. Nee, nee, nee. Du hast nicht mehr so viel Leben. Aber ich habe ziemlich viele Lebensregulationen. Ah, scheiße. Komm, komm, komm. Dann schnauze euch. Macht sie fertig. Sehr schön. Und den kriegt der auch noch. Oh, Alter, Jungs. Surrendert doch einen. Und jetzt pusht, pusht. Surrendert einen Krim. Schnauze, Pischi. Einfach Schnauze halten. Halt's Maul, du. Ach, nee, du bist gar kein Munde. Tut mir leid. Tut mir leid. Werde ich nie wieder sagen. Ist in Ordnung. Schnell, schnell, schnell. Dr. Munde kommt in 14. 13. Wer ist denn Dr. Munde? Kurz nur gesagt. Schnell. Los. Hier, er kann doch tanken. Schaffen wir ihn nicht mehr. Ja, aber dann geht's wieder zurück dann. Obwohl, eigentlich könnt ihr es noch schaffen. Jo, das wird knapp. Ja, geht mal besser zurück. Der hat doch immer geschrieben. Habt ihr das auch gehört? Ja. Soll vorkommen. Merkwürdig. Merkwürdig. Ich zog die ganze Zeit. Daniel, überlebe. Ach, Maik ist wieder da? Hm? Grüß, Maik mal. Ich soll nicht grüßen. Doppelgrüßen. Von Chris, mit dem ich mal labe hier. Kenn ich nicht. Soll ich nicht. Ja, aber ich kenn ihn schon ziemlich gut. Ja, wir kennen ihn schon ziemlich gut. Ja, wir kennen ihn schon ziemlich gut. Sag ihn, wir kennen ihn ziemlich gut. Die kenn ich ziemlich gut, weil die nicht immer hören im Hintergrund. Und wir haben ihn gerne. Und sag ihn mal, wir wollen auch gerne in seine Gilde. Hinter dir. Ja, süß. Die wollen mich. So, ich hole mal was zu essen. Jetzt brauchen wir einfach zu lange. Volleyball kommt. Der Arme Volleyball. Wie sie mich wollen. Die wollen ja einfach hinten, ne? Aber so richtig pümpern. Komm, wir können gewinnen. Scheiß auf All. Komm mit, Alter. Komm, Andere. Scheiß, Jax, Junge. Hm. Jo. Tja, scheiße, wa? Was ist denn los? Alter, wer hätte gedacht, dass wir das noch gewinnen, bitte? Einfach auf. Niemand. Aber wir haben nicht aufgegeben, wir haben nicht aufgegeben. Jetzt geht's schnell an den Danks. Ich komm hier in den Nexus ran. Nice, Leute, nice. Yeah, Alter. Ja, das war doch mal eine schöne Runde mit Anivia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.